Norddeutscher Rundfunk 2021 Aber der Pass aus dem No-Post hinter dem Rücken ist natürlich allererstes Ein wunderschönes Anspiel Viel Druck dagegen Cicco, Schleuder Pass Und vorne ist David Schilling Lucec zu weit links Liban ist dabei den Bayern Zweite Chance, guter Pass Klasse gelesen von Cedubic Und Lucec ist zur Stelle Und es kann Cedubic, Cedubic, Mia Cedubic Schießt den FC Bayern ins Halbfinale Was trifft der hier für Kurve? Und macht mal kurz den Soundcheck hier in der Messe Chemnitz Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport